Ey, ich fänd's so scharf, wenn ich in deinen Mund kommen würde. Quasi mit Beginn des Vorspiels zu Beginn so einen leichten Dirty Talk zu machen. Also da schon darüber zu sprechen, worauf hab ich Bock, worauf hast du Bock? Und dann kann man das auch sexy verpacken. Also ich meine, das eine ist zu sagen, ey Süße, hast du Bock, dass ich dir den Mund spritze? Aber du kannst auch sagen, ey, ich fänd's so scharf, wenn ich in deinen Mund kommen würde. Und wenn man das in so ein Vorspiel mit einbaut, finde ich das auch schon verdammt hot.